1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Ihr Lieben, schön dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, Freitagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an oder mailt. Ruft an 0800 220 50 50 oder domian.wdr.de Erste Anruferin heute Nacht ist Tanja und Tanja ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Hallo. Um was geht es bei dir? Und zwar habe ich ein Problem, ein wirkliches Problem. Egal wo ich hingehe und egal was, alle sprechen mich immer auf meine Figur an und sagen, dass ich einen geilen Arsch habe und und und. Aber ich finde nirgendwo meinen vernünftigen Typen, der einfach mich mag, so wie ich bin. Egal. Aber so bist du doch. Hä? Also wenn du eine gute Figur hast. Ja. Aber so bist du ja auch so. Ja, ja, aber weißt du, wie ätzend das ist, wenn du in der Disco stehst und da quatschen irgendwelche Typen an und sagen, oh entschuldige mal bitte, ich muss dir was sagen. Ich habe zwar eine Freundin, aber das muss ich dir sagen. Du hast einen echt geilen Arsch. Wie, bezieht sich das immer auf dieses Körperteil? Ja. Oder machen die dir sonst auch noch irgendwie Komplimente? Ne, mein Arsch und meine Figur. Wenn ich im Internet bin, dann heißt es dann immer, beschreib dich mal. Und wenn ich mich dann beschreibe, dann immer, oh hast du nicht mal los, bla bla bla. Also mich verbindet immer direkt jeder mit Sex. Ach so. Ja. Also, du würdest aber von dir aus auch sagen, nach deiner eigenen Einschätzung, dass du einen schönen Po hast und dass du schöne Brüste hast. Ich sehe mich schlecht von hinten, aber ich bin so in der Hose, so ist das schon nicht schlecht. Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht nur für andere Leute mir jetzt einen Sack über den Kopf ziehen. Aber ich merke, du fühlst dich reduziert auf diese primären Körperteile. Ja, vor allen Dingen das stimmt, dass ich gehe weg am Wochenende und ziehe mich halt vernünftig an und mich redet nicht ein einziger Typ an. Was heißt, du ziehst dich vernünftig an und dich redet kein Typ an? Verstehe ich nicht. Ja, also ich gehe mich jetzt raus wie, was weiß ich, wie der letzte Henker. Nein, ich brezle mich halt auch zu Hause und gehe dann weg am Wochenende in der Hoffnung, mir auch mal einen vernünftigen Typen kennenzulernen. Aber mich redet mich ein einziger Typ an. Aber die reden dich doch wiederum an, um dir ein Kompliment für deinen Po zu machen. Ja, und das war es dann auch. Das war es dann auch. Ja, was machen wir denn dagegen? Ich meine, erst mal ist das ja gut. Du beklagst dich darüber, dass die sagen, du hast einen schönen Po. Stell dir mal vor, die würden dich ansprechen und sagen, wie siehst du denn aus? Hast du einen hässlichen Po? Das wäre ja schlimmer. Also, das ist schon mal ganz okay. Aber wenn dich das so stört, dass die dich alle auf deinen Po reduzieren, der offensichtlich ja wohl sehr wohl geformt ist, dann zieh doch mal einfach ganz weite Schlabberhosen an, dass man die gar nicht so sieht. Und dass man den gar nicht so sieht, den Po. Dann gucken die mehr auf die Brust. Ja gut, dann zieh, dann zieh, dann ziehst du halt oben auch mal, das kann man ja auch ein bisschen kaschieren. Aber wazulich, dann soll ich jetzt, das haben Sie meiner Wunsch mal gesagt. Nee, dann sortierst du natürlich gleich die Männer raus, die sich mehr für dein Gesicht interessieren, für deine Ausstrahlung und so weiter, die nicht nur dahin gucken. Ja gut, aber dann denke ich, wenn ich jetzt in so Schlabberklamotten weggehe am Wochenende, dann denken die bestimmt auch, oh Gott, ist die Asi, wenn ich jetzt da in so Schlabberklamotten rauslaufe. Aber man muss es mal versuchen vielleicht. Ich meine, letztendlich ist es doch eine tolle Sache, freu dich doch, dass du so schöne Formen hast. Ja, aber ist auch nicht immer toll, weil da sind doch schon 16-Jährige, die mir das sagen. Also da muss es ja wirklich, muss es ja ganz doll sein. Ja, ich sitze im Internet, da hat mich kein Mensch gesehen, ich beschreibe mich, dann wollen die direkt irgendwas mit mir machen, ich telefoniere mit irgendwelchen Leuten von Katalogen oder und und und. Also Talia, ich glaube, die einzige Lösung ist, wenn dich das wirklich so stört, dann musst du das mit Kleidung verdecken und kaschieren. Erstmal, test es mal, mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, und was soll ich sagen, wenn mich jemand sagt, du hast aber eine sympathische Stimme? Ja, das ist doch ja, jammer doch nicht rum, wenn Leute dir Komplimente machen, Mensch. Ja, aber doch nicht alle fünf Minuten. Naja, es werden nicht alle fünf Minuten Leute zu dir kommen und sagen, du hast eine sympathische Stimme. Wenn du eine weite Hose anhast und irgendwie ein weites T-Shirt oder irgendwas, dass das nicht so sehr auffällig ist, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon anders aus. Ausprobieren, okay? Und wir telefonieren nochmal drüber. Ja. Aber du musst es auch ausprobieren, wir werden wieder telefonieren. Ja, aber dann wird mich, wenn du mich anrufst, die nächste Zeit gehe ich nochmal weg am Wochenende und dann gehe ich erstmal in Stabakarten weg. Genau. Und wir würden sagen, in der Woche, oder du kannst das mit meiner Redaktion besprechen, telefonieren wir nochmal und dann sagst du mir, wie das war, okay? Ja, das machen wir. Dann gehe ich erstmal mit das Bein draus. Bin ich ganz gespannt. Aber in der Tat, das ist jetzt ein Deal zwischen uns beiden. Machst du, ne? Okay, das mache ich. Hand drauf. Versprochen, ja. Versprochen. Genau. Und du legst jetzt auf, mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an und dann könnt ihr genau abkaspern, wann wir nochmal telefonieren, okay? Okay. So machen wir es. Tanja, in diesem Sinne. Jo. Tschö. Schönen Abend. Tschö. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr uns melden wollt, bitte domian.atwdr.de. Jetzt haben wir an der Strippe die Anja. Und Anja ist 22. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Um was geht es bei dir? Ich habe ein Problem. Und zwar, ja, hatte ich in den letzten neun Jahren 21 Männer. Oh, 21, du bist jetzt 22 Jahre alt. Ja. Und in den letzten neun Jahren, das heißt, du hast sehr früh angefangen. Ja, mit 13. Mit 13. Hattest du, und jetzt kommt die Hammerzahl, 21 Männer. Ja. Das ist eine ganz ordentliche Zahl, ne, für ein junges Mädel. Ja. Finde ich. Was heißt denn, ich hatte die Männer? Was bedeutet das? Du hast mit denen... Ich habe mit 21 Männern geschlafen. Mit 21 Männern knallharten, schmutzigen Sex gehabt? Ja. Ja? Wie kommt denn das, dass du so viele Männer brauchst und verbrauchst? Ähm, ja, also ich hatte in der Zeit drei feste Beziehungen. Ja, immerhin. Die erste Beziehung, ja. Ich hatte dauerhafte Beziehungen. Das heißt, ich war niemals alleine, keinen einzigen Tag. Gehst du denn innerhalb der Beziehungen fremd? Ja, immer. Ach so, ach so, ich dachte, ach so, jetzt verstehe ich, natürlich, immer, ja, immer, natürlich. Seit ich 13 Jahre alt bin. Sonst hättest du ja 21 Beziehungen gehabt, wenn du nicht fremd gehen würdest. Das habe ich jetzt nicht gerade richtig mitgedacht, ja, stimmt. Ja, also, die erste Beziehung hat sieben Jahre lang gedauert. Mhm. In diesen sieben Jahren war ich auch anderthalb Jahre verheiratet. Oh. Und bin jetzt seit einem Jahr geschieden. Dann hast du ja irre jung geheiratet, ne? Ja, mit 19. Das war aber auch, ja, es war ein toller Mann, meine erste Liebe, ja, zehn Jahre älter als ich, wobei ich da auch drauf stehe, muss ich sagen. Ja. Also er muss schon sehr viel älter sein wie ich. Das war eine lange Beziehung. Wie viele Mal bist du diesem Mann fremdgegangen? Neun Mal. Das heißt, neun Mal, das heißt, die letzte Zeit hast du so richtig aufgeholt. Ja, genau, in einem Jahr. Ja. Und hast du, du bist jetzt auch in einer Beziehung? Ja. Der Freund ahnt von dem gar nichts. Überhaupt. Überhaupt gar nichts. Nein. Wo reißt du die Männer denn auf? Gar nicht. Ich reiße sie nicht auf. Die reißen mich auf. Wo lässt du dich denn aufreißen? Auf der Straße. Einfach so? Ja, ich gehe mit meinen beiden Hunden spazieren, einfach Gassi. Und die Männer sprechen mich an. Das heißt, das ist so ein bisschen wie bei Tanja gerade, dass du schon attraktiv bist und die gucken zu dir hin? Eigentlich bin ich, sage ich mal, gar nicht attraktiv. Also ich habe kein überwältigendes Gesicht. Aber du musst... Ich bin vollkommen übergewichtig und... Ja, ich weiß es nicht. Du bist vollkommen übergewichtig? Ja, 10 Kilo zu viel. Also richtig schon mopsig, muss ich sagen. Wie viel wiegst du denn? Ja, das letzte Mal auf der Waage 78. Bei einer Größe von? 1,65. Naja, ist ein bisschen moppelig. Ja, doch ziemlich. Aber da musst du irgendeine Ausstrahlung haben. Da hast du irgendeine erotische Aura oder strahlst wirklich irgendwas Geiles aus? Die Männer sagen zu mir immer, ich habe einen Schlafzimmerblick. Und da stehen die Männer drauf. Ich weiß es nicht. Also ich gehe mittlerweile auch nicht mehr geschminkt aus dem Haus. Das ist doch verrückt. Du gehst mit deinem Hund Gassi und bist auch nicht gerade die Schönheitskönigin zurzeit, wie du selbst sagst. Und das sind immer Männerbekanntschaften auf der Straße, die du schließt, die sich da so ergeben? Ja, genau. Wo wohnst du da? Ich wohne ganz normal halt in der Stadt. So, ich spiele das weiter durch. Die Typen sprechen dich auf der Straße an, weil diese Schafe auf deinen Schlafzimmerblick sind. Anscheinend, ja. Oder so, was auch immer. Und dann, wo geht es dann zur Sache? Ah, da geht es erstmal noch gar nicht zur Sache, dann nicht erstmal kennen, muss ich sagen. Achso, du fädelst da so eine richtige, mehr oder weniger kleine Beziehung ein. Einen Kontakt, sagen wir so. Einen Kontakt, ja. Erstmal einen Kontakt und nett weggehen und ja, oftmals ergibt sich das am ersten Abend. Also ich will das eigentlich überhaupt nicht. Aber es kommt über dich? Es kommt so über mich, ja. Hältst du dann noch Kontakt zu diesen Männern? Oder einmal durchs Bett und dann warst du das. Nein, 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 nein. Ab und zu habe ich One-Night-Stands, ganz selten eigentlich. Und öfter halt so, hm, wie soll ich sagen, bin ich die Affäre, manchmal ist er die Affäre. Jetzt haben wir gerade so viele Zahlen genannt. Jetzt frage ich noch mal nach einer Zahl, um das uns noch mal so richtig klar zu machen. Du bist jetzt mit deinem aktuellen Freund ein Jahr gut zusammen. Nein, nicht ganz seit Juni jetzt. Ach so, gut. Juni letztes Jahr. Seit Juni. Das ist mein dritter Freund, ja. Ja. Seit Juni mit dem jetzigen Freund zusammen. Wie viel Mal seitdem fremdgegangen? Oh, seit Juni. So ungefähr. Moment, eins, zwei, drei, vier, sechs, vier, acht, neun, zehnmal. Zehnmal. Mhm, genau. Also ich muss nachzählen, weil ich habe es mir vor der Sendung wirklich aufgeschrieben und weiß von drei Kerlen nicht mal mehr den Vornamen. Bin ich froh, dass ich nicht dein Freund bin? Ja, ich auch. Ne? Ja. Also nicht, dass du nicht mein Freund bist. Nein, nein, aber wir verstehen schon, wie wir es meinen, ne? Ja, natürlich. Jetzt haben wir da so locker und lustig drüber gesprochen. Aber lustig und locker, äh, lustig ist das nicht, ne? Das ist ganz und gar nicht. Ne, wenn dein Freund das erfahren würde, würde natürlich die Welt zusammenbrechen. Ja, auf jeden Fall. Er wäre super sauer zu euch auch. Hast du denn nicht Angst, wenn sich das quasi auf der Straße immer so abspielt bei euch, bei dir, dass dein Freund das erfährt, ne? Irgendwie mitkriegt? Mein Freund arbeitet von zehn Uhr früh bis nachts um zwölf. Ja, gut, aber irgendein Nachbar sieht was, oder? Ich bin da erst vor einem Jahr hingezogen in die Stadt, also auch erst vor anderthalb Monaten wieder umgezogen. Also gut, du... Also mich kennt kein Schwein. Ja. So, äh, du sagst selbst, dass du es blöd findest. Ja, super blöd. Wie, 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 wie sehr liebst du deinen jetzigen Freund? Ähm, ich weiß es nicht. Mhm. Keine gute Antwort. Ja, ich hab ihn sehr geliebt, ganz am Anfang. Ja? Warum bist du, warum bist du mit ihm dann noch zusammen, wenn du jetzt schon so unsicher bist? Weil er einfach zugleich mein bester Freund ist. Er war immer für mich da. Ich lieb ihn auf, auf diese Art und Weise lieb ich. Warum trennst du dich nicht aus der Beziehung und, und versuchst eine richtig super gute Freundschaft zu leben mit deinem Freund und bist eine freie Frau und kannst deinen ganzen, deinen ganzen Kram da machen? Ich kann nicht alleine sein. Mhm. Ich kann nicht ohne Beziehung sein und ohne, dass ich den für mich derzeit Richtigen gefunden habe, kann ich mich nicht aus der jetzigen Beziehung lösen. Wenn der Richtige käme, was immer auch der Richtige sein mag, dem würdest du doch auch wieder fremd gehen. Nein. Nein. Warum gehst du fremd? Ich gehe fremd, um, um Liebe zu bekommen, also es klingt blöd, aber ich gehe nicht fremd, weil ich Sex haben will. Aber Liebe bekommst du doch dann auch von deinem Freund, wenn du sagst, der ist, platonisch ist das eine tolle Sache. Es ist platonisch eine tolle Sache, ja, aber ich werde nicht beachtet, sagen wir es so. Ich bin gut fürs Kochen, ich bin gut fürs Putzen, ich bin gut für allen möglichen Blödsinn, aber abends auf der Couch werde ich nicht geknuddelt. So, hast du denn schon mal versucht, da in und an deiner Beziehung zu arbeiten? Hast du den Mund aufgemacht in der Beziehung? Ja. Und das nutzt nichts? Ne, überhaupt nicht. Es sind aber auch immer, wo ich die Leute, die ich mir als Beziehung suche, sind immer so phlegmatisch, sage ich jetzt mal. Weißt du, Anja, wenn ich das immer höre, habe ich ganz oft schon gehört, auch privat, ich kann nicht alleine sein. Ja. Dann sage ich immer, verdammt nochmal, dann wird das allerhöchste Eisenbahn, dass du das lernst. Ja. Jeder kann das und es ist gut, alleine sein zu können. Man muss auch alleine sein können. Wenn man nur in einer Beziehung existiert, ist man eine ziemlich arme Wurst. Weil man dann immer in Verstrickungen irgendwie gerät. Man muss auch eigenständig sein können. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige, wichtige Eigenschaft oder ja, eine Leistung auch, dass man das schafft. Mhm. So. Und du solltest nicht jetzt den bequemen Weg gehen. Du hast ja so deine Beziehung und dann holst du dir die Typen noch nebenan und wartest bis irgendwann, bis dann der Richtige kommt und dann wird es ja vielleicht besser. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht der richtige Weg. Ich finde es blöd, deinem jetzigen Freund gegenüber, auch wenn Kritik an der Beziehung zu üben ist, aber die Beziehung besteht ja noch, dann wäre es richtiger, wirklich einen konsequenten Strich zu ziehen und zu sagen, obwohl du es nicht kannst, aber dass du sagst, komm, lass uns trennen, ich fühle mich nicht wohl, ich mache einfach Mist und ich betrüge dich auch, lass uns das säuberlich trennen und dann gucken wir. Und dann trainiere ich auch für mich alleine zu sein. Naja, und ich habe noch ein Problem. Ich bin jetzt in der achten Woche schwanger und ich habe keine Ahnung von wem. Ich fasse es nicht, Anja. Ich fasse es nicht. Auch schon mal was von Verhütung gehört? Ja, natürlich. Aber das Kondom ist geplatzt, sagst du jetzt, oder? Ernsthaft, ja, es ist wirklich geplatzt. Also ich verhüte nicht mit Pille und mit einem ganz anderen Blödsinn, sondern immer mit Kondom, also ich schlafe mit keinem Mann ohne Kondom, auch mit meinem Freund nicht. So, aller spätestens jetzt bist du natürlich gezwungen, mit deinem Freund Tacheles zu reden. Ich hoffe nicht, dass du deinem Freund eventuell da ein Kuckuckskind unterjubelst. Ich denke, dass es sogar von meinem Freund ist. Gut, dann muss das geklärt werden. Aber jetzt, jetzt, so geht das jetzt. Das ist aber wirklich die absolute Situation, wo es nicht mehr so weitergeht. Finde ich. Wie gedenkst du denn damit umzugehen? Du willst das Kind haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber jetzt eine ganz neue Situation. Du willst das Kind haben. Ich will das Kind haben. Was bedeutet das jetzt für deine Zukunft? Wie willst du leben? Mit wem willst du leben? Eigentlich nicht mit meinem Freund. Ich weiß es nicht. Also manchmal will ich mit ihm leben, weil ich ihn einfach klasse finde für eine Beziehung. Das ist doch super. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Dass du völlig diffus bist. Dass du ziemlich durch den Wind bist. Einmal so, einmal so. Völlig unklar. Ich hatte gerade dir noch lieber den Kopf noch härter gewaschen. Nach dem Motto, komm, jetzt streng dich verdammt nochmal an. Das musst du auch alleine schaffen. Jetzt ist eine neue Situation eingetreten. Du bist auch schwanger. Deswegen finde ich, sollte jetzt auch noch eine Hilfe von außen kommen. Eine Beratung. Das fände ich sehr richtig und sehr wichtig. Um dich so ein bisschen auf die Linie zu bringen. Erster Schritt zu der Beratung wäre jetzt ein Gespräch mit meinem Psychologen. Und dann sehen wir weiter. Okay. Okay, du legst auf. Johannes, mein Psychologe, ruft dich an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Domian. Anne, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Anne. Anne, nee, ist richtig, ne? Anna. Anna. Eigentlich, ja. Anna, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was geht es bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich vor zwölf Jahren vergewaltigt wurde. Und ja, wir waren immer im Urlaub auf dem Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz wohnte auch oder hauste auch eine, ja man sagt Zigeuner umgangssprachlich. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht Roma oder Sinti, also eine von den beiden Gruppen. Und die hatten auch relativ viele Kinder und ja, also ich durfte immer allein zum Spielplatz gehen. Und dann kamen die da eben auch hin und meinten, ja, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt in den Wald. Wie viele waren das? Meistens zwischen fünf und sechs. So viele? In welchem Alter ungefähr? Zwischen zwölf und sechzehn. Ja. Du warst sechs Jahre? Ich war sechs Jahre. Und ich wollte nicht. Und das überzeugende Argument kam dann in Form eines Klappmessers. Ja. Und dann musste ich mehr oder weniger mitgehen. Und dann, ja, da musste ich auch über Zäune mitklettern und dann waren wir auf einmal am Fluss der Leine. Was war da am Fluss? Ja, am Ufer der Leine. Ja. Das ist ein Fluss. Ja, ja. Und ja, dann ging es halt los. Zieh dich aus und leg dich hin. Und dann wollte ich nicht und dann, ja, wurde es halt mehr oder weniger brutal, dass ich dann runtergedrückt wurde und dann ging es halt los. Und das haben alle Jungs gemacht dann? Ja. Alles? Mehrmals? Ja, 30 bis 40 Mal insgesamt. Du warst sechs Jahre alt? Ja. Das waren diese, das waren ausschließlich Zigeuner-Jungs? Ja. Ja. Also die haben sich auch, das war überhaupt das Beste, meinen Eltern mit vorgestellt. Ja, und wir haben uns hier befreundet und wir würden sie jetzt gerne mit in den Wald nehmen, ihre Tochter. Ja, klar, macht nur und spielt man schön, ne? Ja. Ja, prima. Und sonst schneiden wir dir die Käse durch oder wir schmeißen nicht in den Fluss oder wir schubsen nicht in die Brennnessel und, ja. Das war, das war, das war, das war, das war, das war auch. Und hast du niemandem etwas gesagt? Nein, konnte ich nicht. Aus Angst? Ja. Aus großer Angst? Ja. Du musst ja während dieses Vorgangs wahrscheinlich schon große, größte Ängste ausgestanden haben. Ja. Ich habe geschreit und geschrien und geweint. Du musst ja auch, ich stelle mir immer vor, es ist ja erst ein sechstjähriges Mädchen, was anatomisch auch noch klein ist, klein gebaut ist. Du musst auch irre Schmerzen gehabt haben. Ja. Das sind 16-jährige Jungs, die teilweise schon ausgewachsen sind. Ja, die haben meistens die Finger benutzt. Wie lange hast du geschwiegen, Anna? Drei Wochen. Das ging halt mir vorhin immer am Wochenende hin und drei Wochenenden habe ich also den Mund gehalten, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich immer mehr geweigert, da hinzufahren. Ja. Und dann kam dann irgendwann die Frage, was ist los und dann habe ich das mehr oder weniger gesagt. Deine Mutter? Ja. Ja. Und ja, der hat mich dann zum Arzt erstmal geschleift, drüber geschliffen und der meinte dann irgendwie, ich hätte nur Prellung. Und ja, anstatt diese... Aber lass mich fragen, deine Mutter hat es dir geglaubt, oder nicht? Meine Mutter hat es mir geglaubt, ja. Und da kam allerdings noch der Spruch, du bist selber schuld. Von der Mutter? Ja. Von der Mutter kam dieser Spruch? Ja, ja. Das dient zur Reifung einer jeden Frau, weil das gehört zum Erwachsenen dazu und du wirst das schon überleben. Nein, das glaube ich dir nicht. Das hat deine Mutter zu dir gesagt, wenn du von sechs Jungs fast 30 Mal vergewaltigt worden wirst? Ja. Als sechsjähriges Mädchen sagt deine Mutter sowas? Ja. Also, ich habe sie auch nachher noch mit was angesprochen, da war ich 16 und ja, immer noch wiederholen. Lass uns doch noch chronologisch weitergehen. Also der Arzt hat das dann auch festgestellt, dass da irgendwas vorgefallen ist? Ja. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann ging meine Mutter irgendwie zu dem Platzwart und hat diese Leute ihm nicht angezeigt, sondern hat mir dem Platzwart Bescheid gesagt und der hat sie ihm des Platzes verwiesen. Und ich habe später nachgefragt, warum das nicht angezeigt wurde. Ja. Und dann hieß es, ja, du bist ja sowieso selber schuld und die hätte man eh nicht bekommen und das ist ja... Das heißt im Klartext, da ist gar nichts passiert. Nein. Du hast es dann, du hast den Mut, was ja schon sehr mutig ist für ein Mädchen, aufgebracht nach drei Wochen zu sprechen. Ja. Manche tragen das Jahre oder Jahrzehnte mit sich herum, ohne was zu sagen. Du hast es gesagt und dann ist nichts passiert. Nee, gar nichts. Das ist ein scheiß Gefühl. Das glaube ich. Lebst du heute noch zu Hause bei deinen Eltern? Nein, ich bin ausgezogen im November. Also ich habe... Ich bin... Er ist verstorben und ich habe jetzt meine eigene kleine Wohnung. Ja. Wie hat denn dein Vater damals auch so unglaublich darauf reagiert wie deine Mutter? Ja. Der hätte die am liebsten umgebracht. Er ist noch hinterher gerannt. Wen? Wir hatten dann allerdings die Wohnwagentür schneller zu, als mein Vater hin konnte. Ach so, der Vater hat dann schon aggressiv reagiert. Mein Vater hätte die durch den Wolf gedreht, ja. Und warum hat dein Vater nicht forciert, dass die angezeigt werden? Ich glaube, von meiner Mutter aus. Das war sonst immer ein Verbotthema. Ich bin völlig... Ich wollte das Jahrzehnte nicht aussprechen. Dass deine Mutter gerade als Frau so ungeheuerlich reagiert und das so wegwischt und nach dem Motto, dass du bist selber schuld. Ja. Und der Vater hat sich dann untergeordnet und es ist folglich nichts passiert? Nee, überhaupt nichts. Wo ich dann den Mut hatte und das anzeigen wollte. Also ich hatte damals eine gute Freundin, der ich das eben... Ich kann es keinem sagen, wenn ich ihm ins Gesicht schaue. Also das klappt bis heute nicht. Bis heute nicht. Das heißt, wenn wir beide hier nebeneinander sitzen würden, ging das auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich würde eher abhauen. Aber wie mutig, dass du angerufen hast. Immerhin erzählst du es. Es ist ja auch so eine große... Vielleicht hört einer von ihm zu und kriegt mein schlechtes Gewissen. Wenigstens etwas. Ja. Wäre da mal der Sinn. Anna, hast du nicht einen Hassregelreicht auf deine Mutter auch? Ja. Also ich kann ihr bis heute nicht verzeihen. Ist dir das in irgendeiner Weise begreiflich, was die Frau geritten hat, dass sie sich so verhalten hat? Was da los ist? Sie hat mir nochmal gesagt, vor zwei Monaten, ja, und das hätte sie ja auch nicht gewusst. Und sie könnte das doch nicht ahnen. Und ich hätte es doch längst vergessen müssen. Aber der Arzt hat... Ich habe es nicht vergessen. Nee, natürlich. Das verfolgt nicht jeden Tag. Aber natürlich, das ist doch völlig klar. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Und es war so ein schwerwiegender Eingriff in deinem Leben. Ja. Der Schwerste in deinem bisherigen Leben. Ja. So kann man es sagen. Und der Arzt hat es damals ja auch bestätigt. Er hat auch so ein bisschen egal reagiert. Er hat zwar die Prellung bestätigt, aber er hat eben auch... Hat er dich auch im Unterleibbereich untersucht? Ja. Drei Wochen später? Ja. Also er hat auch so ein bisschen nach dem Egal-Prinzip. So, jetzt ist die Empörung groß gegenüber deiner Mutter. Ich bin fassungslos, ich wiederhole es nochmal, ich verstehe diese Frau nicht. Ich finde es unverantwortlich, ich finde es kriminell, was sie gemacht hat. Und sie sollte sich wirklich in die tiefste Ecke stellen und schämen. Also wirklich. Aber jetzt zu dir. Du sagst, was verständlich ist, dass du das nicht vergessen hast. Dass du das bis heute wahrscheinlich haarklein in Erinnerung hast alles. Ja. Hast du denn jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wo du schon eigenständiger agierst, dir irgendwo Hilfe gesucht? Ich... Und da kamen viele Faktoren zusammen damals. Und ich konnte das irgendwo auch mal anreißen und dann bin ich da weg. Also ich weiß es nicht. Also selbst einem Therapeuten, dessen Job das ist, sich mit so etwas zu beschäftigen, hast du Schwierigkeiten, dem das zu sagen? Ja. Weil ich weiß es nicht irgendwo. Teilweise denke ich, da könnte was dran sein, dass du selber schuld bist. Teilweise weiß ich, dass ich dafür nichts kann, dass es nur deren Verantwortung ist und nicht meine und dass ich nicht meine Ehre verloren habe, sondern die. Genau so ist es. Genau so ist es. Und die ganz große Schuld trägt neben den Jungs deine Mutter, dass sie dir so etwas eingepflanzt hat. Von wegen, da bist du selbst schuld dran. Anna, ich finde diesen Schritt ganz wichtig und ganz toll, dass du hier dich gemeldet hast heute Abend. Ja, weil ich kann bis heute, ich habe die Schule abgebrochen von vor zwei Jahren. Ich kann nicht in irgendeine Gruppe von Jugendlichen gehen. Ich kann es nicht. Also ich kriege keine Luft mehr. Ich habe das Gefühl, ich gehe ein. Ich zitter, ich renne einfach und dann nur noch raus. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nein. So, deswegen sage ich, ich finde es ganz toll, dass du dich hier heute gemeldet hast. Weil das für mich auch ein Zeichen ist, dass du sagst hier irgendwie, irgendwie will ich reden und will was machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich mache jetzt mal was und du hast jetzt was gemacht. Jetzt möchte ich dich bitten, das ist der nächste Schritt. Und das kann ja auch noch gar nicht schlimm sein für dich, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Den musst du ja auch nicht angucken, der ist ja auch nur am Telefon. Ja. Und dann sehen wir weiter. Okay, gut. Okay. Danke. Alles Liebe und alles Gute von Herzen an. Muss ich jetzt auflegen? Ja, du legst auf und mein Psychologe, der heißt Johannes, der ruft dich an. Okay, gut. Danke dir, Domian. Tschüss. 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 Hier ist Brigitte. Und Brigitte ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ich versuche schon seit über einem Jahr anzurufen. So lange schon? Ja. Und was geht es denn, Brigitte? Es geht darum, am 13.03.2002 ist mein Sohn tödlich verunglückt. Er ist Dachdecker vom Beruf und ist vom Dach gefallen und hatte noch vier Stunden gelebt im Krankenhaus. Er hatte einen Schädel-Hirn-Trauma. Ja. Da haben die Ärzte ihn auch dann noch operiert. Und er wurde an der Unfallstelle schon mal reanimiert und im Krankenhaus noch zweimal. Und er ist dann am Herzversagen und Lungenquetschung verstorben. Wie alt ist er geworden? 34 Jahre. Ja. Und im Krankenhaus konnte ich nicht, ich wollte dann direkt zu ihm, hat man mich dann nicht gelassen. Und ich sollte hinterher wieder kommen. Also wir haben durch einen Arbeitskollege, der hatte meine Schwiegertochter angerufen, dann sind wir direkt zum Krankenhaus gefahren. Und erst hatten wir gar keine Informationen, dass dann mal irgendeiner kam und sagte, dass er dann operiert werden müsste. Und, na gut, dann hat der Ganze über vier Stunden gedauert und haben wir dann gewartet. Und dann kam der Arzt dann raus und sagte, dass mein Sohn es nicht geschafft hat. Nicht, habe ich erst gar nicht verstanden. Müsste ich dann nochmal nachfragen. Ja. Und wie gesagt, da sagte ich, dann will ich jetzt zu meinem Sohn, da sagt dann einer, das geht jetzt nicht und müssen sie später wieder kommen. Ja gut, damit haben wir mich dann zufrieden gegeben. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war dann meine Tochter und mein Mann dann gewesen. Und jeder sagte, nee, ich fahre nicht hin, ich gehe nicht gucken. Ich meine, er ist auf dem Pflaster ja aufgefallen. Und dann bin ich auch nicht gegangen. Und damit komme ich jetzt nicht klar, dass ich nicht mehr zu ihm gegangen bin, dass ich keinen Abschied genommen habe. Weil wir haben auch direkt gesagt, also vom Bestatter her zumachen. Nicht, dass nur irgendwelche fremden Leute da, ich sag mal, glotzen gehen. Das heißt, er war auch am Kopf schwer verletzt? Ja. Ja, er hat einen Schädel-Hirntrauma. So schwer verletzt? Er ist auf dem Pflaster aufgekommen. Also rechts und links war Grünfläche und genau dazwischen auf dem Pflaster ist er aufgekommen. Was ich aber erst später, nach sechs Wochen, von der Polizei erfahren habe. Weil ich hatte jede Nacht Albträume, ich habe ihn jede Nacht vom Dach fallen sehen. Brigitte, haben die Ärzte gesagt, dass er aufgrund des Aufschlags sehr entstellt war im Gesicht? Ja, der Arzt sagte, er sähe nicht sehr gut aus, aber es ging noch. Aber ich habe eine Freundin, die ist Krankenschwester, und die sagte mir im Nachhinein, also sie weiß, wie solche Patienten aussehen, und sie meint, es wäre gut, dass ich es nicht getan habe. Sagte sie, du würdest den Rest deines Lebens mit diesem Bild rumlaufen. Aber ich komme für mich damit nicht klar, dass ich... Ich glaube, Brigitte, dass deine Freundin etwas sehr Schlaues gesagt hat. Auch aufgrund ihrer Erfahrungen. Ja, aber ich fühle mich so feige, dass ich nicht nochmal hingegangen bin. Und damit komme ich nicht klar. War das feige? Ich finde mich feige, ja, weil ich war immer für ihn da. Aber war es denn auch feige? Bist du aus Feigheit nicht hingegangen? Jetzt sage ich ja, damals weiß ich nicht, da stand ich irgendwie... Genau, lass uns mal in die Situation zurückgehen. Der Arzt sagt, das geht jetzt nicht. Du gehst wieder zurück nach Hause. Ja. Zu Hause wird gesprochen. Ja. Und dann fällt die Entscheidung, versetze dich nochmal zurück, genau in diese... Keiner wollte hingehen. So, aus Feigheit? Ich weiß nicht, wie dir ein anderer ergangen ist. Ne, ich frage jetzt dich. Bist du aus Feigheit nicht hingegangen? Weiß ich nicht. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du als Mutter nicht aus Feigheit da nicht hingegangen bist. Sondern, ja, ich kann mir vorstellen, dass man so unter Schock steht. Und dann sagt der Arzt auch noch, macht eine Andeutung, dass es irgendwie jetzt im Moment nicht geht und dass er vielleicht sehr, 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 sehr entstellt ist oder verletzt ist. Da reagiert man ja ganz anders als heute, wenn man rational und vernünftig darüber nachdenkt. Ja, aber ich, mein Gewissen, ich sage mir immer, ich war zu feige hinzugehen. Ja, deswegen rede ich da jetzt auch so intensiv. Ich komme mir nicht klar, ich kann keine Nacht ohne Schlaftablette schlafen. Lass uns nochmal zurückgehen. Versuch mir zu sagen, was damals dich dazu bewogen hat, damals, nicht, was du heute denkst. Was dich damals dazu bewogen hat, nicht hinzugehen. Ich weiß es nicht. Es war einfach, ich stand ja nur unter Schock. Ich habe einfach nur irgendwie funktioniert. Das ist eine absolute Leere. Aber da haben wir es doch schon. Da ist eine absolute Leere. Wie oft hört man, dass das Menschen denen was ganz Schlimmes widerfahren ist und dein Junge ist gestorben, er ist vom Dach gestürzt und war schwerst verletzt. Dass Menschen in so einem Schockzustand nur funktionieren, nur irgendetwas tun. Brigitte, wie du mir erscheinst, das sage ich jetzt, wirklich, ich schwöre es dir, was ich jetzt sage, dass ich das sehr ernst meine. Wie du mir erscheinst, hättest du immer den Mut gehabt, deinen auch noch so schwer verletzten Jungen zu sehen. Das hat nichts mit Feigheit zu tun. Das war der Schock, das war die Leere, das war die Lähmung. Es war doch eine Lähmung, in die ihr damals alle geraten seid. Ja. Niemals war es Feigheit. Nie und nimmer war es Feigheit, Brigitte. Aber warum empfinde ich es denn heute so? Warum empfinde ich mich heute als feige? Ja, weil man sich das hinterher dann, glaube ich, auch so einredet. Und wenn man denkt, dass man irgendwie was falsch gemacht hat, oder man hätte vielleicht doch noch irgendetwas besser machen können. Ich glaube, dass du in der Situation alles richtig getan hast, was man tun konnte. Und du hast ja am Grab Abschied nehmen können von deinem Sohn. Du hast bei der Trauerfeier Abschied genommen. Du hast an einem Sarg gestanden von deinem Sohn. Wenn du jetzt nicht zur Beerdigung gegangen wärst, ausgrund irgendwelcher... Da hätte man ja auch noch... Da wäre es dann noch schwieriger gewesen. Aber du hast ja alles, was man dann so normal macht, hast du ja getan. Du hast nur nicht diesen Sarg nochmal aufgemacht und hast den schwer verletzten Schädel deines Jungen angeguckt. Ja, aber ich hätte ja schon im Krankenhaus, hätte ich hingehen müssen. Du warst doch so unter Schock, dass du nicht mal verstanden hast, dass er verstorben war. Und was für ein eigentlich richtiges Trostwort von deiner Freundin, dass sie sagt, hab deinen Jungen so in Erinnerung, wie du ihn kanntest. Und nicht so, wie er schwer verletzt, doch tot vor dir liegt. Ja, aber andersrum zum Beispiel, wir hatten ja auch dieses Gespräch vor der Beisitzung mit der Pastorin. Die sagte auch, also aus ihren Erfahrungswerten her, wenn man keinen Abschied genommen hat, hat man es schwerer damit umzugehen. Aber du hast Abschied genommen. Du hast am Sarg gestanden. Ja, aber nicht am offenen Sarg. Am offenen Sarg nicht. Aber muss der Sarg offen sein, um Abschied zu nehmen? Wir haben ja direkt gesagt, also zumachen, wenn der Bestatter da abholt, damit nicht noch irgendwelche fremden Leute da hingehen und sich das noch angucken. Also das wollte ich meinem Sohn nicht antun, der noch von irgendwelchen Leuten da begastet wird. So sag ich das mal einfach. Glaubst du, dass dein Sohn, nehmen wir mal an, er hört uns jetzt zu? Da glaub ich dran. So. Da glaub ich dran. Was meinst du denn, was dein Sohn sagt, was der jetzt erwidern würde, auf das, was du gerade gesagt hast? Sagt der, die Mama ist feige? Ne, das glaub ich nicht, dass er das sagen würde. Das glaub ich nicht. Er würde sagen, du warst immer für mich da. Ich hab alles für ihn getan. Wir haben ein sehr gutes, enges Verhältnis gehabt. Also wir brauchen uns manchmal nur anzugucken. Da wusste der eine, was der andere sagen wollte. Und ich bin auch mit meiner Schwiegertochter jeglichen Weg gegangen wegen der Rente. Und alles, das hab ich alles... Brigitte, war das nicht gerade ein schöner Satz, den du gesagt hast? Mein Sohn würde sagen, das ist alles in Ordnung. Die Mama war immer für mich da. Die ist nicht feige. Aber, aber... Die ist verdammt nochmal nicht feige. Die ist nicht feige, Brigitte. Aber warum komme ich dann mit mir damit nicht klar? Warum empfinde ich das so? Vielleicht, weil du auch das andere gar nicht sehen willst, das Gegenargument, was ich dir jetzt auch mehrfach hingelegt habe. Und weißt du, selbst wenn dieses ein kleiner Fehler war, den du begangen hast, dann kann man im Nachhinein sagen, ja, hätte ich das doch noch gemacht. Aber es ist kein schwerwiegender Fehler. Ein schwerwiegender Fehler wäre gewesen, wenn du deinen Jungen nicht gut im Leben behandelt hättest, wenn du schlecht zu ihm gewesen wärst. Aber du hast ihn immer gut behandelt. Ihr hattet ein gutes Verhältnis. Darauf kommt es doch an. Du warst auch in... Du hast ihn auch verabschiedet. Du hast ihn beerdigt, so wie man es macht. Und du trägst ihn so sehr in deinem Herzen. Nur darauf kommt es doch an. Nicht auf die einigen Minuten nochmal diesen verletzten Körper zu sehen. Darum geht es doch gar nicht mehr. Aber ich empfinde mich so, als wenn ich ihn da alleine gelassen hätte. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe mich immer um ihn gekümmert, um alles. Wenn irgendwelche Probleme waren oder so Bagatellmama, mein Auto muss zum TÜV oder dies oder jenes Machs immer und... Weißt du, Brigitte, selbst wenn es so ist, dann wird der Sohn dir das vergeben haben. Weil er weiß, unter welchem Schock und in welcher großen Seelennot du warst in dem Moment. Dann wird es dir vergeben haben, wenn er es so sehen würde. Ja, ich sage ja auch, die Beisetzung, da habe ich ja auch in dem Moment, wie der Seich runtergelassen wurde. Also von dem Moment hatte ich den Blackout, habe ich gar nichts mehr mitgekriegt, wer da gewesen ist oder sonst irgendwas, gar nichts. Also da war, da habe ich einen totalen Filmriss. Ja. Liebe Brigitte, das, was ich dir gerade gesagt habe, das musst du mir wirklich glauben, meine ich sehr, sehr, sehr ernst. Das sage ich nicht nur, weil ich hier sitze und weil ich dich trösten möchte oder so. Das sage ich aus hundertprozentiger Überzeugung. Und jetzt möchte ich noch eine andere Meinung hinzuziehen. Noch eine ganz, ganz sachliche Meinung, nämlich von meinem Psychologen. Ich möchte gerne, dass du mit dem Johannes auch noch ein paar Worte sprichst. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, ich wollte auch jetzt mit dir mal, weil mit der Familie, weißt du, die sind ja auch alle belastet. Klar, das glaube ich. Da kann man ja nie so reden, da sieht jemand so, du bist jetzt ein Außensehender. Ich weiß, das ist immer einfacher. Und hier kann ich jetzt ganz anders darüber reden, meine Gefühle zum Ausdruck bringen, als wenn ich jetzt mit meiner Tochter oder meiner Schwiegertochter darüber rede. Das verstehe ich. Insofern war die Entscheidung auch sehr richtig, hier anzurufen. Und jetzt legst du auf und wir rufen dich sofort wieder zurück. Ist gut. Okay. Ich danke dir, Domian. Alles Liebe. Du machst eine ganz tolle Sendung. Dankeschön, Brigitte. Und alles Gute dir von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Laura ist hier. Und die Laura ist 31 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Laura. Ich bin tierisch aufgeregt. Nur das gleich mal vorweg. Da müssen wir gleich wieder Schluss machen. Bitte? Da müssen wir gleich wieder Schluss machen. Nein. Jetzt habe ich so lange probiert. Um was geht es denn bei dir, Laura? Eine genaue Definition habe ich eigentlich nicht dafür. Also, doch Liebeskummer. Oh. Liebeskummer. Ja. Das ist doch schon eine ziemlich genaue Definition. Ja. Aber es ist noch ein bisschen komplizierter bei dir. Das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar bin ich... Erklär es uns mal einfach. Okay, in Kurzform. Ich bin seit sieben Jahren essgestört. Ja. Bin esssüchtig. Esssüchtig heißt, du bist auch sehr dick oder erbrichst du es? Nee, dann wäre ich ja Bulimik. Dann wärst du Bulimik. Ja, genau. Also, du bist dick. Also, ich bin noch über 100 Kilo. Ja. Bei einer Größe? 1,79. Ja. Also, bei mir verteilt sich das gut, aber ich bin trotzdem dick. Dick. Üppig. Also, definitiv. Ja. Ich habe seit letztem Jahr im Januar 30 Kilo abgenommen. Mhm. Bin jetzt allerdings eben wegen Liebeskummer dabei, wieder rückfällig zu werden. Ja. Also, seit sieben Jahren essgestört. Mhm. Problemkompensation mit Essen. Vorher habe ich es mit Sport gemacht. Mhm. Wo die genauen Ursachen liegen, kann ich nur ansatzweise verstehen. Also, es liegt auf jeden Fall in der Kindheit. Mhm. Es gibt bei mir sehr, sehr viele Verdrängungsmechanismen, die gut gewirkt haben. Mhm. In den letzten Jahren. Und das wird jetzt halt alles erstmal richtig hochgewühlt. Ja. Jetzt gibt es aktuell einen schweren Liebeskummer. Ja, und zwar habe ich, ähm, ich war von Mitte Juni bis Ende August in Therapie in einer psychosomatischen Klinik. Ja. Und, ähm, habe dort, ähm, ziemlich am Ende meiner Zeit, ähm, einen ebenfalls essgestürten Mann kennengelernt. Mhm. Und, ähm, ich habe mich während der Therapie... Der auch, ähm, essgestürt in deinem Sinne ist, das heißt, er ist auch dick und... Ja, genau. Er wiegt über 200 Kilo. Wow. Wie viel? 200 über... Also, als er dort, ähm, angetreten ist, in Anführungsstrichen, hat er 228 Kilo gewonnen. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ein großer Kerl? 1,86. Ja. Ich kann euch ja mal Fotos schicken. Naja, also man kann sich das schon so grob vorstellen. 230 Kilo ungefähr ist schon ein Hammer, ne? Ja. So, den hast du da kennengelernt? Genau, und, ähm, naja, die Zeit war halt sehr intensiv, dadurch, dass man ja auch, ähm, in der Gruppentherapie Leute eben sehr gut kennenlernt, und auch von einer ganz anderen Seite kennenlernt, ähm, habe ich mich halt, ja, ziemlich am Ende der Therapie in ihn verknallt. Mhm. Und, ähm... Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, ich wusste, ähm, von den anderen, die haben immer gesagt, so, ah, der will was von dir und so, aber da hatte ich noch gar keine Augen für ihn, weil ich eigentlich mehr damit beschäftigt war mit meinem, ähm, jetzt Ex-Freund, die Beziehung zu beenden. Mhm. Also der davor war. Genau. Naja, wir sind dann zusammengekommen. Der dicke Mann und du. Mhm. Ja. Der dicke Mann und ich, genau. Ja. Und, also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mit einem dicken Mann etwas anfangen könnte. Also ich habe noch nie einen dicken Mann gehabt. Ich habe immer schlanke Freunde gehabt und stand auch überhaupt nicht auf dicke Männer, also das hätte aber auch damit zu tun, dass ich meinen Körper so nicht akzeptiere. Also hatte ich dementsprechend große Schwierigkeiten, den dicken Körper eines Mannes zu akzeptieren. Hast du es denn geschafft, ihn zu akzeptieren? Ja, bei ihm 100 Prozent. Ah ja. Reden wir jetzt eigentlich über die Vergangenheit oder bist du mit ihm schon noch zusammen? Nein, eben, ich weiß es nicht. Das ist, wir haben keinen Kontakt mehr und zwar... Also kennengelernt in der Mitte des letzten Jahres. Genau. Und dann habt ihr getuchtelt, ihr Bein, und dann ist auch eine Nähe entstanden? Dann war die Therapie zu Ende. Und danach haben wir uns, dann war er noch eine Woche bei mir. Ja. Und dann ist er zurück nach Bayern gefahren. Ja. Also da lebt er halt. Mhm. Und dann war ich Anfang Oktober nochmal eine Woche unten. Ja. Und, ähm... Ach so, viel mehr ist ja gar nicht mehr passiert danach. Nee, wir haben seit Anfang, ja oder Mitte Oktober keinen Kontakt mehr. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Wir haben... Hast du, warum rufst du ihn nicht an und sagst dir, was ist los? Was ist los? Ja, das ist, ähm... Ich habe noch Kontakt mit seiner besten Freundin. Aber lass uns vorab klären. Er ist auch alleine oder ist er in einer Beziehung? Nee, er hat seit zehn Jahren keine Beziehung mehr gehabt. Also die Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut. Ihr beiden habt euch in der, in der, in der Klinik, man kann sagen, er sich in dich auch verknallt. Ja. Ja. Dann ist es aber hoch sonderbar, dass dann plötzlich alles vorbei ist danach. Ja, vor allem, da war auch nichts gewesen. Also ich war, war eben dort unten. Und das Einzige, was eben, wo ich gemerkt habe, dass es ihn genervt hat, war die Tatsache, dass jeder auf ihn eingeredet hat. Also jeder hat sich natürlich tierisch gefreut, dass er endlich mal mit einer Freundin ankommt. Und alle haben ihn genervt, so, ja, du mach doch mal Nägel mit Köpfen. Und da haben ihn auch sehr bedrängt. Und danach ist der Kontakt abgebrochen. Jetzt sitzt du da, das muss man sich auch vorstellen, seit Oktober. Das ist ja schon eine ganze, ganze Menge Zeit, die da vergangen ist. Ja, und ich habe halt gedacht, dass ich das irgendwie vergessen kann. Aber ich kann es einfach nicht. Und wahrscheinlich, ja, das glaube ich. Und wirst jetzt wahrscheinlich wieder rückfällig und wirst dicker, oder? Ja, ich habe jetzt schon wieder fünf Kilo zugesandt. Da haben wir es, da haben wir es. Aber ich verstehe dich auch nicht, Laura, muss ich ehrlich sagen, dass du da nicht ein bisschen mehr rangehst, dass du ihn nicht anrufst. Ja, aber ich habe irgendwie Angst, dass er, also das, was ich denke, rein intuitiv ist, dass er einfach, dass er sich bedrängt fühlt von seinem ganzen Umfeld. Dass alle sagen, so jetzt mach doch mal, dass er sich deshalb zurückzieht. Aber dann ist es aber auch ein Waschweib, sage ich dir. Wenn er sich aufgrund der Umgebung von dir trennt oder sich nicht auf dich einlässt, was ist denn da los? Dann ist er doch nicht verliebt in dich. Das ist doch eine klare Rechnung. Wenn der wirklich in dich verliebt ist und an dir interessiert ist, dann muss ihm das doch völlig egal sein, was die Leute sagen. Im Gegenteil, dann müsste es ihm ja sogar gefallen werden, wenn die sagen, hier, komm, geh noch näher ran. Aber egal, was die sagen, muss er sich doch um dich kümmern. Man lässt doch nicht einfach einen Menschen, mit dem man sich so eingelassen hat, einfach so, sagen wir, klanglos alles versickern. Ja, das ist ja eben das, was ich nicht verstehe. So, und dich zermürbt es. Dir geht es schon wieder an die Gesundheit, letztendlich. Das heißt, du nimmst wieder zu und alles, was an Therapie, vielleicht an positiven Dingen sich ergeben hat, geht jetzt wieder in den Bach runter. Oder die Gefahr besteht zumindest. Ja, ich habe sogar, ich hatte eigentlich noch mal im Dezember noch mal einen zweiten Intervall gehabt von der Therapie. Und den habe ich abgesagt, weil ich nicht in diese Klinik zurück wollte. Die Erinnerungen. Genau. Laura, was du jetzt tun musst, es gibt da nur einen Weg. Und wenn der auch mit unangenehmen Worten endet, oder mit Einsichten, Erkenntnissen, aber dem musst du gehen. Du musst jetzt zu dem Kontakt aufbauen. Und du musst dir sagen lassen, was da los ist. Entweder, vielleicht hat er ja auch Hemmungen im Moment, sich wieder bei dir zu melden, weil er schlechtes Gewissen hat. Vielleicht brichst du das Eis auf und er kommt wieder richtig zueinander. Vielleicht. Vielleicht hörst du aber auch irgendetwas, was nicht sehr schön ist, dass er dich einfach wirklich nie will. Aber dann weißt du, woran du bist. Im Moment grübelst du. Es zermürbt dich, wie du sagst. Und du wirst wieder dick. Ich habe da, wie gesagt, noch Kontakt mit seiner besten Freundin. Das weiß er aber nicht. Und sie war ziemlich erstaunt darüber, weil er immer vor mir schwärmt und alles. Und sie hat ihn dann darauf angesprochen, was ist denn jetzt mit ihr. Und da hat er dann gesagt, er hätte keine Zeit für Liebe. Und hat das dann auch gleich wieder abgeblockt. Und da denke ich mir dann schon, wenn er zu seiner besten Freundin sagt... Nein, nicht über Dritte. Nicht über Dritte. Dann soll das dir ins Gesicht sein. Nein, das meine ich ja nicht. Er weiß ja nicht, dass wir Kontakt haben. Aber ich meine, wenn er zu Leuten sagt, die ihm nahestehen, er hätte keine Zeit, dann ist das für mich... Er könnte seiner besten Freundin ja auch genauso gut sagen, nee, er hat keinen Bock auf mich. Und sie sagt deshalb, und das sagte sie auch, so meinte sie, wenn er keinen Bock auf dich hätte, dann hätte er gesagt, nö. Laura, ich meine das mit Dritten, das ist jetzt völlig egal, was die beste Freundin wieder mit ihm geredet hat und so. Alles unwichtig. Du musst mit ihm reden. Du. Du musst ihn erst am Wochenende anrufen. Oh Gott. Ja, das musst du. Machen wir gar nicht weitere Worte jetzt. Du musst ihn am Wochenende anrufen. Musst du. Und dann wirst du sehen, was los ist. Du musst jetzt wieder das Schiff in Gang bringen. Egal, wo es hinfährt. Aber es ist jetzt irgendwie festgefahren alles. Du musst jetzt was unternehmen. Du bist am Zug. Okay? Oh weia. Wenn es sehr schlimm ist, ruf nächste Woche nochmal an. Rede mal weiter, was zu tun ist. Okay? Okay. Oder schick eine Mail, dann sind wir besser und schneller in Kontakt. Mhm. Alles Gute. Okay. Toll, toll, toll. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. Frank, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Frank. Meine Tochter ist gestern Mittag um Viertel nach eins tödlich verunglückt. Wir sind total fix und fertig. Ich bin verheiratet, habe noch einen siebenjährigen Sohn und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was ist da für ein Unfall passiert, Frank? Die ist mit ihrem Freund mit einem Auto hier im Port über die Warnerstraße gefahren und da kamen, also so weit wie die Polizei uns erzählt hatte, kam da ein älterer Mann mit dem Fahrrad aus dem Feldweg raus und die haben versucht, ihm auszuweichen und sind gegen einen Baum geknallt. Mit dem Knall? Und meine Tochter ist tot und der Freund ist nur leicht verletzt, liegt im Krankenhaus. Der Freund und die Tochter saßen im Auto? Ja. Wie alt war die Tochter? 17. Und mein Sohn ist sieben. Ist die Tochter direkt verstorben? Ja, wohl an der Unfallstelle noch. Wir hatten immer so ein Knallsch in der Familie und so. Heute war die ganze Familie da und hat uns ziemlich geholfen. Aber für mich ist das irgendwie wie so ein Traum. Es ist völlig irreal für dich. Es ist gestern passiert. Ja. Das kann man gar nicht verstehen. Ja, das Schlimmste war, ich war noch bei einem Arbeitskollegen, der ist so schwer krank, der hat Krebs und so. Und in der Zeit ist das passiert. Hast du deine Tochter im Krankenhaus gesehen noch? Nein, wir können die erst am Montag wieder sehen. Das ist auch so schlimm, weißt du. Ich habe bei der Polizei angerufen, du kriegst keine richtige Auskunft und wir können die erst am Montag sehen. Ich nehme an, die sieht so schlimm aus. Die wollen uns gar nicht zeigen. Weißt du, wo sie ist, wo sie sich befindet im Moment? Nein. Auch nicht. Wie ist deine Frau damit umgegangen, mit der Nachricht? Meine Frau ist ziemlich stark. Aber das kommt immer so schubweise, weißt du. Dann denkst du an die und dann fängst du an zu heulen. Ja. Wie hast du die letzte Nacht verbracht? Ich hatte Nachtschicht. Ja. Aber du hast wahrscheinlich auch heute am Tag nicht geschlafen, ne? Das kann man doch gar nicht. Ja, pass auf. Ich bin heute Morgen nach Hause gekommen, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen bis 2 Uhr und in der Zeit ist meine Tochter gestorben. Ach so, wir haben jetzt mit heute und gestern habe ich es verwechselt. Was es heute war, ja. Ganz schlimme Sache für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich jemals wieder in ein normales Leben kommen soll. Wie war dein Verhältnis zu deiner Tochter? Meine Tochter war für mich irgendwie so unverwundbar. Die hat Karate gemacht und die war irgendwie für mich, als würde der nicht, als könnte, der kann nichts passieren, weißt du. Wie war dein Verhältnis zu ihr? Habt ihr ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis gehabt? Oder normal eher? Sehr gut, würde ich sagen. Meine Frau, die hat sich schon mal mit der gekebbelt, so wie so Frauen so sind, weißt du ja, ne? Aber so, ich als Vater habe dann immer so ein bisschen geschlichtet und so. Also, ich habe alles für die gemacht. Die war alles für mich, ne? Mein Sohn natürlich auch, ne? Und damals war es dann so, meine Frau, die wollte unbedingt noch ein Kind haben. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber jetzt bin ich froh, dass ich noch einen Sohn habe. Ja. Die Familie ist zusammengekommen, sagst du. Ja. Wie hat die Familie sich denn so verhalten? Was haben die gesagt? Also, mit meinen Eltern hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Also, meine Eltern, die haben ein großes Grundstück. Das war damals ganz blöd. Da wollte ich dann bauen. Und dann wollte meine Schwester, das ist die Auszahle. Und da hatte ich nicht das Geld genug für. Und dann haben wir uns dann so ein bisschen zerstritten und haben dann so zwei Jahre keinen Kontakt gehabt. Aber als das heute passiert ist, dann habe ich sie direkt angerufen. Ja. Mein Bruder, das ist so ein, das ist eine andere Generation. Der ist zehn Jahre jünger als ich. Und der hat mir irgendwelche blöden Briefe geschrieben. Den habe ich natürlich auch direkt angerufen. Das heißt, der Zusammenhalt jetzt ist da. Der Zusammenhalt ist da. Und das hilft mir auch. Ich finde, hier ist ganz wichtig, dass ihr erst mal am Montag etwas Näheres erfahrt. Dass ihr in ein Bestattungshaus gehen könnt, wo sie ist. Oder dass ihr zum Sarg gehen könnt. Aber es ist alles so schwer. Es ist alles so unbegreiflich. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dass du jetzt im Moment in so einer Situation bist, dass du gar nicht weißt, was du denken sollst. Und man wahrscheinlich auch gar keine Zukunft sich vorstellen kann, ohne das Mädchen. Ich fühle mich, als würde ich träumen. Als würde ich irgendwann mal aufwachen aus einem Albtraum oder so. Also es ist der Horror für mich im Moment. Es tut mir sehr, sehr leid, was euch passiert ist. Danke. Sehr leid, Frank. Sehr leid. Danke, danke. Also jetzt ist es erst mal ganz wichtig, deswegen fragte ich das auch gerade. Es ist gut, dass Leute da sind, mit denen du sprechen kannst, mit denen ihr sprechen könnt. Mit den Verwandten, mit den Freunden. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man in so einer Not ist, in so einem Trauerfall, dass man spricht. So wie du jetzt auch mit mir sprichst. Ich muss irgendeinen haben, jetzt mit dem ich quatschen kann. Ja, und es wird in den nächsten Tagen immer wieder andere Trauerphasen geben, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Es wird immer wieder schlimme Phasen geben, dann vielleicht Phasen, wo es ein bisschen ruhiger wird und dann wieder ganz verzweifelt. Es ist so ein Unglück, wenn so etwas passiert. Und es gibt keine Begründung dafür, man kann das nicht begreifen, es ist sinnlos, es ist alles... Warum gerade meine Tochter? Warum gerade die Tochter? Ja, es gibt keine Erklärung. Die war so gut, ne? Ich verstehe es nicht. Warum gerade ich? Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du Ansprechpartner haben möchtest. Dass du reden musst. Ja. Du kannst das in der Familie, aber ich würde dir gerne auch noch ein paar Ansprechpartner vermitteln. Gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, damit du immer die Möglichkeit hast, auch in der Nacht jemanden anzurufen und zu sprechen. Ja. Ja, so machen wir es. Ja. Dann leg du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Werner ist hier 54 Jahre alt. Nee, 57. Hallo. Domian, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich möchte der Dame so ein bisschen Trost zu sprechen, deren Sohn vom Dach gefallen ist. Ja. Ich weiß, wie furchtbar das ist, wenn man von einem Kind nicht mehr Abschied nehmen kann. Mein Sohn ist mit 34 Jahren hat diesen berühmten Sekundentod erlitten, den 80.000 Leute pro Jahr in der Bundesrepublik leiden. Das heißt, er war von einer Sekunde auf die andere. Er ist von einer Sekunde zur anderen. Er hat also den Aufprall nicht mehr gespürt, laut Aussagen der Ärzte. Was heißt Aufprall? Ist er auch irgendwo runtergestürzt? In seiner eigenen Wohnung. Nein, er ist im Badezimmer tot umgefallen. Ja. So, und ich mache das Domian ein bisschen kurz. Und zwar ist dann folgendes passiert. Wir bekamen also den Anruf, dass unser Sohn tot ist. Sind dann von Minden nach Bad Zwischenland gefahren und hatten keine Chance mehr nach Oldenburg. Dort lag er in der Pathologie, ihn nochmal zu sehen, ich sag mal, im unbescheidenen Zustand. Und dann ist es aus kriminaltechnischen Gründen notwendig, dass wenn ein Mensch ohne das Zeugen dabei sind, tot ist, obduziert werden muss. Das heißt also, er wird von Kopf bis zwischen die Beine, sage ich mal jetzt so, aufgeschnitten. So, und dann war dieser Bestattungsunternehmer, muss ich dazu sagen, sehr, wirklich, ganz toll. Der hat gesagt, ich besorge aus Bremen eine Dame, die kann ihren Sohn so herrichten, dass sie ihn sich wieder nochmal ansehen können. Ja. Also aufgrund dieser Aufsäge-Geschichte. Ja. So, und dann sind wir also, wir nach Bad Zwischenland angefahren, wollten unseren Sohn oder wollten uns von ihm verabschieden und auf guter Witterungsverhältnis war es dann so, dass er uns sagte, sie können ihn so nicht sehen. Hat also ein Tuch über den Kopf gelegt oder das Gesicht gelegt und wir konnten uns also noch von ihm verabschieden, indem wir so die Hände uns, ich sag mal, gereicht haben. Ja. Das ist natürlich furchtbar, aber im Nachhinein muss ich sagen, wir konnten uns von ihm verabschieden, im Gegensatz dieser Dame, die vorhin angerufen hat. Ja. Und das ist ein unheimlicher Trost. Ja. Wenn man also wirklich nochmal wirklich Tschüss und Ade sagen kann. Ja. Wenn man die Chance hat. Wenn man aufgrund der Zeit, ich denke mal, konnte man nicht mehr viel schnacken. Ja, du hast es aber gut im Kopf. Du hast das genau im Visier mit der Uhr. Auf die Sekunde genau hast du gesagt, die Zeit und die Musik fängt an zu laufen. Ja, in deiner Regie haben sie mich darauf hingewiesen, dass es ein bisschen eng werden wird. Aber du hast es ja auch sehr kompakt erzählt und natürlich verständlich ausgewählt. Das letzte Bild ist das Entscheidende. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Sohn gesehen hätte, der gut aussehen war, ein Kerl wie ein Baum war, nie krank gewesen ist, dass ich ihn so in Erinnerung habe, wie wir ihn zuletzt gesehen haben. Und dieses Bild, wenn ich mir vorstelle, ist gut, wenn er das Recht gehabt hat, uns ihn nochmal anzusehen. Aber ich glaube, das muss man nicht haben, dass man einen aufgesächten Schädel da sieht. Also ist es auch für die Brigitte, die Anruferin von vorhin? Denke ich mal. Ach, tröstlich, dass sie ihn so gut in Erinnerung hat, wie er war. Ja, ja. Ich danke dir sehr herzlich, Werner. Ich bedanke mich jedenfalls. Und alles Liebe, alles Schöne und Gute. Warte, viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüsschen. So, meine Lieben, das war es für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Wolfram Spikowski, Uli Krabb, Marco Rössler, Malte Emels, Volker Tacke, Corinna Mindermann, Christian Pahrt und Johannes Brachthäuser. Wir sind nächste Woche wieder da, klar, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und ein gutes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin. Tschüss. Musik Musik